Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir nähern uns, denke ich, langsam dem Ende hier. Wir fliegen heute zum vorletzten Flashpoint, den wir sehen können. Und dann haben wir noch die fünf Fraktions-Flashpoints mindestens mal, für wenn wir mit denen alliiert sind. Und ich denke, da werde ich immer irgendwie speichern, dann eine Allianz mit einem Haus schließen, den Flashpoint durchspielen, damit wir den gesehen haben irgendwie und dann wieder laden und die Allianz mit dem nächsten Haus machen, weil ich denke, ich denke, das ist auch noch so, dass wenn man eine Allianz mit einem Haus schließt, bei den anderen der Ruf sofort auf null oder vielleicht so ganz negativ runtergeht. Außerdem Patch 1.7, ich glaube 1.7 nicht, 1.07 ist es. Da wurde die Kampagne ein bisschen am Balancing geändert. An der KI wurde ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel, dass die Maxi jetzt ihre Rollen, also Tank, Scharfschütze und sowas, ein bisschen besser ausfüllen bei der KI und... Irgendwas haben die noch gemacht an der KI. Ach ja, sie haben Angriffs- und Verteidigungsmissionen, also diese Angreifen und Verteidigen, diese Missionstypen ein bisschen neu gebalanced von der KI her irgendwie. Haben in der Kampagne noch ein bisschen mehr gemacht. Hatchet-Man gibt es ein bisschen mehr. Und ja, ansonsten noch ein paar kosmetische Sachen auf den Maps und so. Nichts super krass weltbewegendes. Und ich habe den Raven umgebaut. Der hat jetzt vier leichte Laser drin, vier Sprungdüsen, hat die Panzerung auf Maximum vorne, jedenfalls fast hinten auf 25 und dann überall außer im Kopf und im Center-Torso vorne ein Klick, also fünf Panzerungspunkte runter. Und damit sieht das Ding eigentlich ganz gut aus. So ein Cockpit-Motor hat es ein Gyroskop zur Trefferabwehr noch. Und sollte eigentlich hinhauen, falls wir nochmal irgendwann leichte Max einsetzen müssen. Das weiß ich jetzt nicht, ob es da noch ein Flashpoint gibt oder nicht. So, wir müssen glaube ich nach hier oben, ne? Oder? Ja, wir haben es nicht wirklich eilig. Ach ja, guckt mal. Da können wir gleich leichte Max einsetzen. Ja, wirklich eilig haben wir es nicht. Das sind, wie gesagt, ich vermute beinahe die beiden letzten Flashpoints. Beim letzten Mal, als wir rumgeflogen sind, sind keine neuen Flashpoints aufgepoppt. Deswegen fliegen wir einfach als nächstes hier oben nach Herotitos. Ah ja, cool. Und erledigen da ein bisschen was für das iranische Commonwealth gegen das Steel Beast. Ein Solaris Gladiator hat mein Neffen Arjun ermordet. Mit ihrer Hilfe wird der Mörder Gerechtigkeit erfahren, Commander. Sorgen sie dafür, dass er leidet. Dann mache ich sie reich. Naja, ob er uns wirklich reich macht, darf bezweifelt werden. Aber wir fliegen nach Herotitos. Da kann man auch ein bisschen ausspannen, auf jeden Fall. Und Herotitos ist für seine Planeten umspannende Vergnügungsindustrie bekannt. Die Leute kommen von überall her, um hier Urlaub zu machen. Dieser Hedonismus existiert Seite an Seite mit dem einfachen Lebensstil der ursprünglichen Agrarkolonisten, deren Zucht und Ordnung, denen Zucht und Ordnung sehr wichtig sind. Na gut, dann fliegen wir doch da mal hin. Dauert 22 Tage und kostet er Geld, das zu vernachlässigen ist. Die Reise war komplett ereignislos. Ronins schlechte Laune-Tech ist abgelaufen. Ich glaube, es haben sich tatsächlich keine neuen Flashpoints mehr aufgetan. Ne, scheint alles gut zu sein. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um, bevor wir uns in den Flashpoint stürzen. Death Crusade mit K. Ach, eine Sache, die fällt mir gerade hier auf, wo ich den Text auf Deutsch sehe, die total lustig ist. Sie haben auch ein bisschen an der Übersetzung gemacht. Und hier sehen wir, achso, ja, hier ist es sowieso. Aber wir gucken gleich mal in die MacBook rein. Was ist dein Urlaub, Skipper? Ja. Genau hier. Genau hier. Was jetzt? Ja, die sind alle nicht so krass. Da kann ich euch auch gleich den Raven einmal zeigen. Wir haben nämlich, wenn ich jetzt einfach mal Panzerung wegnehme, hier auf einmal Komma zu stehen, statt vorher noch Punkten. Das wurde also auch geändert. Das waren vorher, glaube ich, immer Punkte da, die nach Kommastellen sind jetzt auf jeden Fall Kommata. So, so sieht das Ding also aus. Wir haben fast überall Maximalfanzerung. Da haben die Sprungdüsen alle hier reingeballert, um die EGM-Ausrüstung oder ESM-Ausrüstung zu schützen ein bisschen. 4L-Laser unterschiedlichster Qualität haben wir da drin. Und ja, das ist es. Mehr passt halt nicht rein, ne? 4L-Laser, 4 Sprungdüsen, Tyroskop, Cockpit-Mod. Da ist das Ding echt voll. Aber gut, so haben wir wenigstens das Potenzial auf 120 Punkte Schaden, wenn wir überall plus 10L-Laser drin haben. Aber eigentlich ist ja der Plan, dass das Ding nicht schießt. Das stelle ich mir zumindest so vor, dass das Ding rein defensiv arbeitet. So, was haben wir denn hier? Nichts. Da geht es schon mal los. Wie sieht es auf dem Schwarzmarkt aus? Eine AK-10++ mit Schaden. Eine Flammer++. Eine LSR-20 mit plus 2 Schaden. Und das nehmen wir mal mit. 4 Millionen. Haben wir schon so ein Ding, frage ich mich gerade. Was hat denn unser Stalker? Der hat doch eine LSR-20 drin. Ja, und der hat plus 2 Schaden. Ja, eigentlich brauchen wir das Ding nicht, ne? Bei der Griffin wird es nicht vernünftig tragen können, denke ich mir. Ein LSR-15 Vernünftiges bräuchten wir mal. Und ein LSR-10. So, haben sie aber nicht. Na gut. Dann müssen wir wohl so damit klarkommen. So, dann können wir nochmal in die Aufträge reinschauen gerade. Da wurde auch irgendwas gefixt, weil dann irgendwie keine prozeduralen Aufträge bei irgendwas, ich weiß gar nicht, wobei gespawnt sind. Und wir sehen, das ist ja komplett langweilig. Da müssen wir nichts machen. Dann konzentrieren wir uns eben auf den Flashpoint hier. The Steel Beast im hohen Orbit um Herotitus. Da ist er wieder. Elban Stieglitz Bradford. Kommandos freut mich, dass sie meine Anfrage akzeptiert haben. Ich habe ein persönliches Anliegen, für das ich ihre Hilfe brauche. Mein Neffe Arjun wurde ermordet von einem angeberischen Mistkerl, der ihn vor den Augen der jubelnden Menge in seinem eigenen Kopf zerquetscht hat. Ich will seinen Kopf und ich will, dass sie ihn mir bringen. Er wurde also beim Meck-Kampf getötet, bei einem offiziellen. Gut. Dabei natürlich das Cockfit zu zerquetschen oder was auch immer, ist natürlich nicht die feine Art. Aber vielleicht war es ein Unfall oder irgendwas, man weiß es nicht. Wir hören ja immer nur eine Seite der Geschichte und sagen dann, ja, ja, machen wir, na klar. Fakten prüfen, nicht unser Ding. Mein tiefstes Beileidgraf, Stieglitz Bradford, ich glaube, ich kann für jeden in meinem Team sprechen, wenn ich sage, dass wir uns geehrt fühlen würden, ihnen helfen zu können. Um wen genau geht es bei dieser Angelegenheit? Ein Solaris 7-Gladiator. Er ist ein wahrer Hühner, ein Sadist, der das Elend liebt und sich vom Hohn der Massen begeistern lässt. Sein Name lautet Bogdan Taps, aber er selbst nennt sich nur The Steel Beast. Taps gab vor, der Freund meines Neffen zu sein und forderte ihn zu einem harmlosen Übungskampf heraus. Doch als Arjun die Arena betrat, macht der Gladiator aus dem freundlichen Duell ein Gemetzel. Am Ende zerquetschte er Arjuns Cockpit mit der Kralle seines Fatimates. Hat ihn jemand dafür bezahlt? Was waren seine Beweggründe? Ruhm, den Jubel der Menge? Wer weiß das schon? Wenn ich ehrlich sein soll, Miss Murat, dann ist es mir scheißegal, warum dieser Gladiator meinen lieben Arjun umgebracht hat. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass dieses Steel Beast die Gerechtigkeit der Häuser Stieglitz, Bradford und Steiner zu schmecken bekommt und dass Bogdan Taps mit seinem eigenen Leben für den Tod Arjuns bezahlt. Ja, wenn sie ihn Gladiator in die Parapherie locken können, dann kümmern wir uns um ihn. Leider kann ich das nicht, aber sie können es. Einer der wichtigsten Sponsoren des Steel Beasts Ironwood Productions, ein mittelgroßes Medienunternehmen auf Herotitos. Der größte Teil von Ironwoods kreativen Output besteht aus Werbung für die Turniere und Kämpfe auf Solaris 7. Zu den größten Kunden gehören Bogdan des Steel Beast Taps, Sirena Lionfish Toussaint und Adma Forklift Sadat. Okay. Hat eine Holo-Distributionsanlage hier auf Herotitos und wie es der Zufall so will, veranstaltet Ironwood Productions gerade ein großes Fankreffen für Taps, eingefleischteste Anhänger. Ich will, dass sie die Gefolgsmänner des Steel Beasts zum Gespött machen. Reißen sie sie in Stücke, zerstampfen sie sie, schicken sie sie in die Höhlen zurück, aus denen sie gekrochen kamen und die ganze Sache werden sie schön aufzeichnen. Oha. Gut, soweit alles klar, fahren sie fort. Nachdem sie die Anhänger des Steel Beasts zerstört haben, müssen sie zur Holo-Distributionsanlage von Ironwood Productions vorrücken und sie einnehmen. Mit der dortigen Sendeausrüstung werden sie dann eine Herausforderung an Solaris 7 und einem noch weiter entfernt liegende Planeten senden. Das Steel Beasts wird solch eine Herausforderung nicht wieder stehen können. Er wird zu ihnen kommen und sie werden ihn für das, was er meinem Neffe angetan hat, töten. Na. Denken sie wirklich, dass sich dieser Idiot wirklich so einfach in einen Hinterhalt locken lassen wird? Es wird ja offensichtlich sein, dass es sich um eine Falle handelt. Wenn sie ihn laut genug herausfordern, dann bleibt ihm keine andere Wahl. Solaris Gladiatoren sind völlig von ihrem Ruf abhängig. Wenn das Steel Beast ihre Herausforderung ignoriert oder sich weigert, sie zu bekämpfen, wird seine Beliebtheit in der Arena darunter leiden. Ja, in dem Fall sind wir schon dabei. Na klar. Sie haben meinen Dank. Kommen Sie zurück. Wenn Sie die Herausforderung aufgenommen haben, dann locken wir Arjuns Mörder zu uns. Na da bin ich ja mal gespannt, was da wieder warum kommt. Drei Atlas Schilder, ein Kampf im Tiefland. Wenn wir das Steel Beast dazu bringen wollen, sich uns im Kampf zu stellen, müssen wir ihn provozieren. Wenn wir seine abscheulichen Gefolgsmänner niedermetzeln, sollte das ein guter Anfang sein. Ich sage Ihnen, wo Sie ihn finden können und Sie bringen einfach die erforderliche Feuerkraft mit. Ja, aber unsere schwere Lanze dürfen wir nicht mitbringen, oder was? Dann befreien wir diese Welt von Bogdan Taps Fan Club und widmen uns danach einem wichtigeren Ziel. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, Jinn. Dann vermöbeln wir mal ein paar aggressive Betrunkene. Yippie, was eine Herausforderung. Wie gut stehen wir denn bei denen im Moment? 31 nur? Warum sind wir denn mit denen so schlecht? Dann arbeiten wir mal quasi umsonst für die. Auch wenn wir hier vielleicht einen Hatchet Man abgreifen könnten. dann werden wir das Ganze mal irgendwie ein bisschen anheben hier auf das nächste Level. So, was dürfen wir denn mitnehmen? Alles. Hier dürfen wir tatsächlich alles mitnehmen. Das sind wir dann so... Ach, guck mal, für eine Kneipenschlägerei, ne? Da wollen wir eigentlich gar nicht Mike mitnehmen. So, stattdessen lieber Duddles. Wo haben wir denn seinen lustigen Mac? Und dann könnten wir eigentlich... die Macs sind alle relativ leicht. Ja, aber dann können wir Stitch da eigentlich auch rauslassen. Dann nehmen wir stattdessen noch einen dicken Atlas mit. Und dann passt das wahrscheinlich. Das sollte Spaß machen. Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Zerstöre die Gefolgsmajahr des Steel Beasts. Okay. Unsere Aufklärungsdrohnen haben mehrere Freunde und Gefolgsmajer der Steel Beasts in der Nähe entdeckt. Diese Typen sind keine ausgebildeten Söldner, sondern ein bunt gemischter Haufen aus Solaris, Gladiatoren, Piraten und Räubern. Die meisten von ihnen haben auf einem Schlachtfeld rein gar nichts zu suchen. Schon gar nicht im Cockpit eines Battle Macs. Sie sollten kein Problem haben, diese Insekten zu zertreten. Klingt nach einem guten Plan, Graf, schrie Gwitz Bradford. Jinn, ich werde diesen Kampf für die Übertragung aufnehmen. Also bieten Sie uns bitte eine gute Show. Zeigen Sie ihnen, wo der Hammer hängt. Olivera, Ende. Ja, deswegen haben wir auch Daditz und Behemoth dabei. Klare Sache, würde ich sagen. So, Kutte, dafür ruhig ein bisschen vorrennen. Springen. Habe, springen. Wo waren wir hier ein Gruppschirn? Dann habe ich gehört. Wow. Panzer? Aber mit Panzern habe ich jetzt gar nicht so richtig gerechnet. Schnellen. Und dann haben wir das Hansa. Das. Das. So. Das. 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 Okay, die haben irgendwas in Phase 4 auf jeden Fall am Laufen Phase 3 auch Und jetzt wir Yes, Commander Standing by Copy that Ja, da ist das ein Shrek Da sind zwei 60 Tonner Ich weiß nicht, was das für welche sind Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt rausfinden möchte Okay, aber die sind ziemlich kaputt Da können wir eigentlich direkt auf die Front schießen Ups Hätte sich jetzt nicht einer von denen bewegen wollen Ich dachte mir, war so Der Hinterer hat sich bewegt, kommt eigentlich wirklich krank hier Standing by Receiving you Got a sensor lock Ja, das ist der Träger, der muss weg Ready for orders Ja, wo es da einschlägt ist eigentlich komplett egal Wenn das Gauss geschützt wird, die Stelle da pulverisieren Sparen uns ein bisschen Hitze Das eine Gauss geschützt ist ja mal direkt irgendwo hin Ich weiß gar nicht, wie er den Winkel hinbekommen hat Indem er das Ding da abgeschossen hat Wo ist denn hier links Da ist noch ein 60 Tonner Haben wir es hier wirklich nur mit dieser einen Fahrzeuglanze zu tun? Ne, 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 ne Da sind ja noch die Vierer und die Dreier irgendwo Good to go Receiving you So, was bist du denn? Ein Bulldog Der wäre theoretisch schon ein bisschen krasser gepanzert Ist aber auch nicht annähernd so gefährlich wie ein KSR Träger So, müssen wir den da drüben ein bisschen rankommen lassen Ich befürchte es ja beinahe Ein LSR Träger Warte, jetzt kriegst du den irgendwie? Nein, Steelhawk kriegt wahrscheinlich auch keine Sichtlinie, ne? Receiving you Okay, dann Rennen wir dem blind entgegen? Ich bin ja irgendwie eigentlich dagegen Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt hier verschrecken soll am besten Ne Kutte ist da unten noch einigermaßen gut versteckt Könnten vielleicht dort hinspringen Gucken wir, glaub ich, auch so ein bisschen drüber, ne? Mal gucken Gucken, der rum Receiving you Ne, da machen wir nix So, wir unterstützen hier mal Patriot ein bisschen Falls aus der Richtung irgendwie noch Verstärkung kommt Bis jetzt haben wir noch keinen Sensor-Kontakt Ach, das ist ja direkt niedlich So, sparen wir uns ein bisschen AK-20-Munition hier Könnten uns wahrscheinlich sogar auch Was ist das Ding? Ja, wir könnten uns auch die KSR-Munition sparen So, und nu? Aha Ah, von hinter uns Ja, klar Was sonst? Ihr blöden Bastarde Ja, irgendwie schon interessanterweise Die wissen halt nicht, dass das Duditz nur unnötig sauber macht, ne? Was ist das, Boss? So, mal gucken, ob wir den Spotter hier direkt ausgeschaltet bekommen Ach Gott Na, wisst ihr was? Da werde ich einfach aufs Bein schießen Dann geht er trotzdem kaputt mit dem Panzerungswert So, da haben wir unsere Jungs hier erstmal vor weiterem Beschuss von hinten geschützt Ach, hat er ja den Kampf schon wieder beendet Dann wäre es ja auch cool gewesen Wenn ich irgendwann zwischendurch mal mich hätte bewegen dürfen Geh mal nachgucken Oha Enten ist ein 80-Sonner Du bist ein Trebuchet Aber ich habe gehört Als Trebuchet hat man ja Munition dabei, ne? Das hier irgendwie das Ja, danke Das war bedingt cool Ja, ja, schießt ruhig auf ihn Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt So, hier ist ein bisschen unwegsam alles Oh sellers Sensors locked on Now Ja. So, machen wir dir mal gerade klar, wer hier der Chef ist. Kriegen wir dich nicht irgendwie geschickt in Deckung rein? Ja, muss wohl reichen. Kannst du noch kurz sagen, lauf doch nicht rückwärts. Ach ja, machst du noch die Bäume kaputt, die du eigentlich als Deckung benutzen sollst. Das ist ein kritischer Halt, Kommandant. Let's hit'n'n hart. Hat er doch tatsächlich überlebt. Uuuuh, unser Freund Paradeen. Da müssen wir gerade mal ein paar Punkte in die Hand nehmen, befürchte ich. 58. Oh ja, hier vorne haben wir eine Deckung, das ist sehr gut. So, der Trebuchet hat ja schon gefeuert, ne? Das heißt, der kümmert uns vielleicht gar nicht mehr so. Wir haben hier einen Awesome. Ja, mit relativ wenig Panzerung. So, wir müssen erst mal gucken, dass wir hier unseren Stabby-Schaden abgebaut bekommen. Das wäre natürlich komplett cool, eigentlich ein Multi-Ziel hier. Mal vom Stapel zu lassen. Andererseits will ich natürlich eigentlich den Awesome so kaputt machen, dass er keinen Spaß mehr in irgendwas hat und dazu brauche ich eigentlich einen Präzisionsschlag. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber ist halt so. Ach, und wir haben das Ding nicht mehr abgesprengt. Immerhin haben wir eine PPK ausgeschaltet. Und Katapult. Ach, die sieht man ja auch selten. So, Gute, komm mal vor hier. Jeden beiden kannst du nicht auf die Nerven gehen, na gut. Roger, das. Copy, das. Ich war gerade da, lebt der immer noch. Die letzte Rakete hat es ihm dann gegeben. Ach, ich weiß, warum Haladin so schlecht geschossen hat, wegen der gestörten Sensoren natürlich. Also, wie geht's? Also, jetzt kommt auch an den Katapult ran. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, wir wollen das andersrum machen. Wir wollen Steelhawk auf den Katapult schießen lassen. Na, das war noch nicht so ganz die Effektivität, die ich mir erhofft hatte. Jetzt haben wir den Torso da kaputt bekommen. So, der Katapult ist zuerst dran. Wir können zwei gezielte Schüsse hier abgeben, auf jeden Fall. Und wir kommen dann nicht mit den leichten Lasern ran. Na gut, dann machen wir vielleicht doch erstmal hier kaputt. Kommen wir einfach einmal in die Flanke. Und dann gucken wir mal, was hier hängen bleibt. Da ist er ganz ordentlich aus, tatsächlich. So, schieße auf den Typen in schwerer Deckung. Gar kein Problem. Wann ist er denn jetzt ausgewichen? Die Positionierung sieht merkwürdig aus. Ein. Ach Gott. Ist das dein Ernst? So, dann gibt es jetzt hier die absolute Zerstörung. Target confirmed. Hostile eliminated. Commander? Roger that. So, dann mach doch mal ein bisschen kaputt hier. Aber wir könnten ihn natürlich auch auf den Boden legen, aber hier Munition und sowas kaputt machen ist auch extrem in Ordnung. So, und wenn Nadie jetzt noch auf die andere Seite rüberkäme, wäre das eigentlich auch cool gewesen. Ja, so müssen wir jetzt semi-cool sein. Wir könnten ihm halt echt noch das Bein wegschießen, ne? Ja, von vorne ist nicht so geil. Dann lieber hier auf den Pouser. Und es garantiert, den Schaden hinweg auszuschalten. Das war fantastisch, Romano von Quackenburg. Sie haben sie windelweich geschlagen, ohne zu zögern oder Reue zu zeigen. Und ich habe alles auf Holowit. Schöne, detaillierte Aufnahmen, die wir gleich ausschalten können. Dann sollten wir es auch tun. Greifen wir die Holodistributionsanlage von allen Wood Productions an und zeigen es dem ganzen System. Und was mit Umrüstung und Reparaturen? Unsere Lanza hat da unten auch einiges eingesteckt. Ach, lügt doch nicht. Ich bezahle sie, damit der Mord an Arjun schnellstmöglichst gerecht wird. Mr. Wirtan, alles andere ist völlig inakzeptabel. Sie werden die Holodistributionsanlage von allen Wood Productions angreifen, und zwar ohne Verzögerung. Sie sind der Boss, Graf Stieglitz-Bretford. Wenn Sie sagen, dass wir jetzt angreifen, dann greifen wir jetzt an. Mission successful. Klar, was sonst? Ach, 70.000 haben wir immerhin angegriffen. Abgegriffen. Deutsch. Keine Ahnung. Ja, und da können wir sofort weitermachen. Ich mache hier einfach den Cut. Nehmen gleich noch den Anfang von der nächsten Folge auf. Und dann, ähm, ja. Lenden wir aber hier die Folge vor heute auf jeden Fall. Dann ist es ein schönerer Cut, finde ich. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir hier eine Basis einnehmen. Macht's gut und bis dann. Ciao.